Lennart ist sich sicher, dass Frank seine Sachen durchsucht hat und nicht einfach nur beim Aufräumen helfen wollte. Doch bei Amelie und Miller stößt er mit seiner Theorie auf Unverständnis, schließlich ist er genauso Gast wie Frank auch. Lennart denkt, Frank hat seine Sachen durchsucht. Amelie und Miller verstehen das überhaupt nicht. Als Lennart am Morgen Frank dabei beobachtet, wie er an seine Schulsachen geht, verliert er kurz die Nerven. Frank soll die Finger von seinem Kram lassen. Doch Miller nimmt Lennart den Wind aus den Segeln und findet es sogar nett, dass Frank die Dinge wegräumt, die Lennart liegen lässt. Und auch Amelie kann nicht so recht verstehen, warum Lennart so einen Aufriss macht. Aber als Lennart sich weiter von Frank provoziert fühlt, platzt ihm der Kragen und er will Frank auf seinen Platz verweisen. Er ist hier nur Gast. Doch als Miller Lennart unsanft darauf aufmerksam macht, dass er auch nur Gast ist, muss Lennart sich geschlagen geben. Lennart ist sich sicher, dass Frank seine Sachen durchsucht hat und nicht einfach nur beim Aufräumen helfen wollte. Doch bei Amelie und Miller stößt er mit seiner Theorie auf Unverständnis, schließlich ist er genauso Gast wie Frank auch. Die Frau, das ist mein Vater, das ist das Herz, das ist das Herz, das ist das Herz und das Herz. Untertitelung des ZDF, 2020